Hallo liebe RomulanerInnen! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Fileserver unter Linux installieren könnt. Dabei gibt es unter Linux verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Ihr habt vielleicht schon mal von NFS gehört. Mit NFS lassen sich einfache Freigaben unter Linux im Nu realisieren. Der Nachteil von NFS ist, dass du von anderen Betriebssystemen wie macOS oder Windows nur mit etwas Aufwand zugreifen kannst. Besser geeignet ist daher CIFs als Protokoll. Dazu kannst du den sogenannten Samba-Server auf deinem Linux-System installieren. Mit einem Samba-Server hast du die Möglichkeit, Freigaben in deinem Netzwerk zu erstellen, die von all deinen Betriebssystemen erreichbar sind. Ich nutze hier für diese Demonstration wie üblich meine Linux-Distribution SpaceFun, die du auf spacefun.ch herunterladen kannst. Das Ganze kannst du aber natürlich auf jedem anderen Linux-Betriebssystem nachbauen. Wichtig ist einfach nur, wenn du eine virtuelle Maschine verwendest, dann stelle bitte zuvor den Netzwerk-Typ auf Bridged, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich öffne jetzt hier auf meinem SpaceFun-System als allererstes mal ein Terminal und installiere dort den Server-Teil. Dazu gebe ich den Befehl sudo apt-install samba ein. Ja, ich bestätige das hier. Und im Hintergrund wird mir jetzt bereits der Samba-Server installiert. Es ist aber so, dass du den Samba-Server wirklich noch konfigurieren musst. Die Default-Konfiguration ist okay, aber doch recht offen zugänglich. Und wir möchten ja genau bestimmen, wer auf unseren File-Server zugreifen können soll. Samba legt eine Konfigurationsdatei an. Die liegt unter etc.ls-al etc.samba. Und da liegt diese smb.conf. Das ist die Hauptkonfigurationsdatei von unserem Samba-Server. Die können wir uns jetzt hier mal mit nano anschauen. Nano. Ich gehe jetzt am besten mit sudo direkt rein, dann können wir sie auch bearbeiten, denn das ist ein Server-Dienst, der ist systemweit verfügbar. Und das kannst du nur mit Root-Rechten bearbeiten. Nano. etc.samba.smb.conf. Das ist jetzt also hier diese Hauptkonfigurationsdatei. Hier wird als erstes mal eine sogenannte Workgroup definiert. Ich würde den Wert auf Workgroup lassen, denn die meisten Clients setzen das als Default ein und dann musst du das nicht jedes Mal manuell eingeben. Du kannst es natürlich auch ändern, zum Beispiel auf LAN oder Home oder sonst irgendwas, was dir gefällt. Achte dabei darauf, dass die Workgroup in Großbuchstaben geschrieben werden soll. Das hier ist noch ein wichtiger Punkt, nämlich hier kannst du angeben, auf welchen Interfaces, auf welchen Netzwerkkarten dein Samba-Server tatsächlich lauschen soll. Dazu müssen wir erstmal rausfinden, welche IP-Adresse unser Dienst hier, unser Server aktuell hat. Dazu kann ich wie üblich den Befehl IP, A für Address und S für Show eingeben. Und hier unten im Bereich Inet, da sehe ich tatsächlich schon die IP-Adresse. Und ich sehe hier, es ist ein sogenanntes Class-C-Netzwerk, das heißt, es endet hier 192.168.1, das ist die Netzmaske, slash 24. Also ich kann angeben 192.168.1.0, slash 24. Und da sind dann alle meine Rechner in meinem LAN drin enthalten. Das gebe ich jetzt hier dann auch mal so an. Hier wird in der SMB-Kompf ein Kommentar immer mit dem Semikolon davor angegeben. Das muss ich natürlich erst entfernen, wenn ich diesen Wert definieren will. Ich sage jetzt hier das Semikolon weg und gebe jetzt hier, das Interface gebe ich nicht an, ich gebe nur das Netz an. Das kennt ihr dann selber 192.168.1.0, schrägstrich, slash 24. Jetzt habe ich das schon eingeschränkt, dass der Samba-Server wirklich nur in meinem lokalen Netzwerk lauscht. Ich würde jetzt hier dann auch noch sagen, Bind Interfaces Only, dass er sich auch wirklich nur an die Interfaces bindet, die ich dort angeben habe, nämlich auf denen dieses Netz verfügbar ist. Hier könnte ich noch ein Log-File angeben. Das kann man alles eigentlich auf den Standard-Einstellungen lassen. Wir möchten jetzt hier einen Standalone-Server einrichten. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal richtig. Map to Guest Bad User ist auch eine wichtige Einstellung, dass nicht jeder darauf zugreifen können soll. Und jetzt müssen wir noch schauen, was wir hier unten im Bereich Missg haben. Hier könnte man jetzt zum Beispiel noch erlauben, dass User selber auch Gast-Shares erstellen können sollen. Das möchten wir jetzt hier vermeiden. Deswegen stellen wir hier den Wert User Share Allow Guests auf No. Und hier fängt jetzt tatsächlich die eigentliche Share-Definition an. Ich würde jetzt hier allerdings erstmal alles, was hier unter Share-Definitions kommt, erstmal alles auskommentieren. Denn hier würde zum Beispiel angeben, dass alle Home-Verzeichnisse auch verfügbar wären über den Samba-Server, also die Home-Verzeichnisse auf deinem Space Fund-System hier in dem Fall. Und das möchten wir nicht, auch wenn die hier nur als Read-Only verfügbar wären. Also ich gehe jetzt hier rein und könnte jetzt hier bei all diesen Werten mal das Semikolon davor stellen. Das muss ich natürlich nur auf die aktiven Werte machen und dann weiß ich, dass diese hier auskommentiert folgen. Das ist jetzt schon bereits auskommentiert. Und hier könnte man auch noch Printer freigraben, also Samba könnte auch Drucker freigraben machen. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken, falls das für euch wichtig sein könnte. Dann habt ihr einen Drucker bei euch an einem Rechner und könnt den für alle anderen Computer in eurem Netzwerk freigeben. Das ist auch noch eine tolle Sache. Wir machen das jetzt hier im Augenblick aber nicht und deswegen sage ich hier überall Semikolon davor und kommentiere damit diese Einstellung aus. Jetzt möchte ich allerdings natürlich mein eigenes Share definieren. Ich habe hier wie üblich mal wieder so ein Cheat-Sheet vorbereitet und da habe ich euch das alles aufgeschrieben. Das paste ich euch natürlich nachher auch noch in unsere Telegram-Community. Also tretet unbedingt unserer Telegram-Community bei, denn dort habt ihr immer die aktuellen Informationen. Also hier möchte ich jetzt zum Beispiel mal ein Share definieren. Das paste ich jetzt hier mal rein. Da gebe ich den Share-Namen ein. Hier sage ich noch einen Kommentar. Da könnte ich noch meinen Share angeben. Und hier definiere ich mal einen Pfad, wo das Share tatsächlich auf File-Ebene hier auf dem Server liegen soll. Jetzt sage ich hier noch Force Group Users. Ich möchte nämlich nur, dass Mitglieder der Gruppe Users auf diese Share zugreifen können sollen. Und hier kann ich wieder eine Directory und eine Create Mask angeben. Und die sagt mir hier, dass der Eigentümer und die Gruppe alle Rechte hat. Nämlich auf die Verzeichnisse und auf Dateien. Create Mask bezieht sich auf Dateien und Directory Mask auf Verzeichnisse. Read only no, denn wir möchten ja schreibend auch auf diese Share zugreifen. Und hier sage ich noch mal, welche Benutzer denn tatsächlich auf meinem System auf diese Share zugreifen können sollen. Und zwar sind das alle Benutzer, die hier auf diesem Server in der Gruppe Users drin sind. Das müssen wir natürlich gleich noch anschauen. Ich speichere das jetzt erstmal ab. Ctrl O, Ctrl X und damit ist die Konfiguration hier eigentlich schon vorgenommen worden. Nun gibt es aber diesen Ordner Home Share, den wir in der Freigabe angegeben haben, noch gar nicht. Den müssen wir also jetzt erst erstellen. Ich gehe also in das Verzeichnis Home, CD Home und mache jetzt hier ein sudo mkdir Share. Jetzt hat dieses Verzeichnis natürlich noch nicht die entsprechende Berechtigung. Denn ich möchte ja sicherstellen, dass auch auf Dateisystem Ebene alle Mitglieder der Gruppe Users auf diesen Ordner zugreifen können. Denn das, was wir vorher definiert haben, das bezog sich ausschließlich auf die Freigabe. Es gibt einmal die Freigabe, dort können Berechtigungen gesetzt werden. Und dann gibt es das Dateisystem und das ganz normale Linux Dateisystem. Da müssen die Berechtigungen natürlich auch passen. Also hier gebe ich jetzt noch ein sudo chagap users share ein, ls-al und sehe, jetzt hat schon mal die Gruppe Users Rechte auf dieses Verzeichnis. Jetzt stimmen aber die Permissions noch nicht. sudo chmod 770 share, mache nochmal ls-al. Jetzt können schon mal nur der Owner, das wäre in dem Fall root, und alle Mitglieder der Gruppe Users in dieses Verzeichnis rein und dort auch lesen, schreiben und ausführen. Damit jetzt neue Dateien, die jetzt ein Mitglied der Gruppe Users dort erstellt, auch immer die gleichen Gruppenberechtigungen, nämlich die Gruppe Users erhält, dann mache ich noch ein sudo chmod g plus s share und setze damit das sogenannte s-git-bit. Das siehst du daran, dass hier hinten ein s dran steht. Und das stellt sicher, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als User dort eine Datei anlege oder einen Ordner, dass der auch wieder der Gruppe Users gehört. Damit haben wir jetzt hier auf der Datei-System-Ebene schon mal die wichtigste Konfiguration vorgenommen. Jetzt müssen wir natürlich noch sicherstellen, dass mein User hier auf dem System auch in dieser Gruppe Users drin ist. Dazu gebe ich jetzt mal den Befehl user mod, sudo user mod, minus a, minus groß g, das habe ich euch in einem anderen Video auch schon mal erklärt, Users, die Gruppe und dann den Username, nämlich astronaut, an. Und jetzt kann ich noch mal sudo v-i-g-r machen, um zu gucken, ob jetzt hier der User auch in der Gruppe Users drin ist. Da ist er also schon drin. Jetzt kann ich hier noch mal das Test-PAM ausführen, sudo test-PAM und kann mir damit die aktuelle Samba-Conf anzeigen lassen. Und hier sehe ich, all die Sachen, die ich vorher definiert habe, sind hier auch gesetzt und aktiv. Ich muss jetzt natürlich den Dienst auch noch neu starten. Service sudo, service smb, d-restart. Jetzt ist die Konfiguration erst aktiv, vorher noch nicht. Jetzt müssen wir aber auch noch ein Passwort für diesen User vergeben, denn Samba verwendet standardmäßig eine eigene Passwortverwaltung. Und damit kann ich auch unter Samba, also für das Share, ein anderes Passwort verwenden, als das der User hier auf dem Linux-System hat. Dazu gebe ich den Befehl sudo smb-passwd-a und dann den Username an, Astronaut. Und ich kann jetzt hier ein neues Samba-Passwort eingehen. Muss ich auch noch mal bestätigen, das seht ihr wie üblich während der Eingabe nicht. Und jetzt ist das Ganze hier schon konfiguriert. Damit das Ganze auch noch klappt, muss ich natürlich, falls ich eine Firewall verwende, das empfehle ich euch übrigens, ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, schaut euch das gerne auch noch an, dass ihr diesen Dienst auch in der Firewall freischaltet. Denn sonst könnt ihr einfach noch nicht darauf zugreifen. Also ihr könnt dazu mal zum Beispiel erstmal sudo-ufw-status angucken. Hier seht ihr, die Firewall ist schon aktiv. Und jetzt sage ich mal sudo-ufw-app-list und kann mir da alle verfügbaren Dienste in der UFW schon mal anzeigen lassen. Und hier haben wir einen Samba-Server, der verwendet das CIFS-Protokoll. Ich muss also diesen CIFS-Dienst erlauben. sudo-ufw-lau-cifs. Jetzt kann ich mir das noch anschauen lassen mit sudo-ufw-status. Ist also jetzt aktiv. Das ist der Port 445 hauptsächlich. Und damit könnt ihr auch schon auf dieses System zugreifen. Wie das Ganze geht, schauen wir uns jetzt hier auch noch mal an. Ich habe jetzt hier parallel noch ein TUCSWIS-System vorbereitet und möchte das jetzt gerne hier als Client verwenden. Und dazu kann ich hier im Datei-Manager, das ist jetzt der Datei-Manager, da kann ich jetzt hier im Netzwerk durchsuchen, diesen Server auffinden. Versuche ich da mal drauf zu klicken und sehe jetzt hier auch schon meinen Share. Da kann ich jetzt hier drauf zugreifen. Jetzt kann ich hier noch angeben, mit welchem User. Das ist jetzt natürlich der User auf dem Zielsystem, also in dem Fall Astronaut. Und hier seht ihr, hier ist nämlich jetzt die Workgroup standardmäßig voreingestellt. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr das auf dem Standard lasst. Und hier gebe ich jetzt das Passwort ein, das ich jetzt zuvor mit dem SMB-Password-Befehl angegeben habe. Es ist nicht zwangsläufig mein Linux-Passwort auf dem Zielsystem. Kann es natürlich sein, wenn ihr es auf das Gleiche setzt. Und jetzt kann ich hier noch sagen, ob ich das speichern will im Keyring oder nicht. Ich sage jetzt halt mal hier nie vergessen, dann ist es immer im Keyring drin. Und dann kann ich nächstes Mal ohne Passworteingabe darauf zugreifen. Ich sage jetzt hier verbinden und bin jetzt hier schon auf dem Share drauf. Das seht ihr hier oben, smb.starship.localshare. Ich mache jetzt hier meinen Ordner erstellen, Testordner. Jetzt kann ich auch noch schauen, ob dieser Ordner auf meinem Zielsystem, auf meinem Server tatsächlich auch angekommen ist. Dazu schaue ich jetzt hier nochmal auf meine Space-File-Installation, gehe da auch in File-Manager, sage jetzt hier Home, Share und sehe da meinen Testordner. Jetzt habt ihr also in wenigen Schritten einen sicheren File-Server bei euch in eurem Heimnetzwerk installiert. Probiert euch da ein bisschen aus und da gibt es wirklich noch viele tolle Sachen zu entdecken. Wie zum Beispiel die Druckereinrichtungen, das geteilte Drucken im Netzwerk und vieles mehr. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch auch gerne bei uns in der Telegram-Community und wir helfen euch gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.